Hey moin Freunde, was geht? Hier ist euer Rap Marek und ich zeige euch diesen Money Glitch, den ihr schon bereits teilt, sogar kennt und den wir in der Glitcher Lobby gemacht haben. Ihr braucht zunächst einen Kumpel und eine Garage und diesen Strand Buggy hier. Ich habe das hier mit diesen schicken Sportwagen gemacht, mit diesen Lamborghini, ich finde den total geil, bringt aber nicht so viel Geld ein. Ja, so euer Kumpel muss jetzt erstmal die Fahrertür dazu spammen, indem er Dreieck oder Y glaube ich drückt und währenddessen ihr euch in den Beifahrerseite von diesem Strand Buggy reinsetzt, müsst ihr das USB-Kabel von der Konsole sozusagen trennen und dann steht ja diese Meldung, dass kein Controller da ist. So, habt ihr das getan, solltet ihr ganz vorne an der Garage rein spawnen. Dann müsst ihr natürlich wieder einen Karin Rebell bestellen, wie immer bei jedem Glitch und den in dieser gleichen Garage rein liefern lassen. So, wenn ihr das getan habt, geht ihr raus, euer Kollege muss wirklich die ganze Zeit zuspammen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ihr geht ins blaue Feld und tut den Wagen, wo euer Kollege zuspammt, auf den Platz, wo der Rebell hingeliefert werden sollte und schon habt ihr den Wagen verdoppelt. Wichtig ist, ihr müsst in diesen Wagen, in der er verdoppelt ist, jetzt dieser hier, einsteigen. Euer Kollege muss dann aufhören mit Zuspammen, damit ihr auf die Fahrerseite wechselt und raus und reinfahren, wenn ihr die Garage voll machen wollt. Das könnt ihr nämlich machen damit. Oder ihr fahrt direkt gleich ins LS. Aber Garage voll machen ist besser, dann hat man was für schwere Zeiten natürlich. Und ja, bei mir ist das Problem gewesen, ich bin reingefahren und dann spawnt dieses Fahrzeug automatisch weg. Das ist Logo, denn erst wenn dieser Karin Rebell, da steht dann unten, geliefert ist, sozusagen, erst dann erscheint dieses Fahrzeug wieder. Natürlich, manche denken, okay, wo ist mein Fahrzeug? Es kommt, keine Sorge. Ja, warum ich das mit diesem Fahrzeug gemacht habe, ich finde das schön, dieses Fahrzeug. Ja, bringt aber nichts an Geld als dieser Ponto. Ponto bringt wahrscheinlich sogar mehr Geld ein. So, das war's jetzt von uns und ich hoffe, euch hat das jetzt gefallen und ja, haut rein, macht's gut!